Hallo zusammen, Ona, Hello, Riola, wie geht's? Cool. Mein Name ist Giko und Just Eat ist offizieller Partner der Frauen-EHM in England. Und für das haben wir ein Spielchen hier. Was würdest du eher essen? Froschbein oder Insekten? Riola, Froschbein. Du auch Froschbein? Ich würde Froschbein essen, es hat mehr Proteine in mir an. Wenn du jetzt Essen für deine beste Freundin bestellen könntest, was würdest du bestellen? Also, da haben wir Hummus und da haben wir ein Stück Pizza. Oh mein Gott, ich wäre lieber deine beste Kollegin, dann komme ich wenigstens ein Stück Pizza als Hummus. Also, was machst du bei einem verschossenen Penalty? Bei mir? Ich hätte mir einen Kopf direkt. Und du, Ona, was würdest du machen, wenn du den Penalty verschieben würdest? Ja, das ist auch gut. Du darfst eine grosse Botschaft an die Schweizer Nazi senden. Was würdest du ihnen sagen? Hauptsache, wir haben viel Glück. Oh, perfekt. Riola, merci vielmals für Ona. Dankeschön, bist du da gewesen. Ich hoffe, sie sehen dich auch in zehn Jahren in der Schweizer Nazi. Dann komme ich auch auf ein. Dankeschön, bist du da gewesen. stromalty. Genau. mir geht auf ihr. Ich hoffe, sie sehen dich.